Auch die Farben der Lichter haben eine Bedeutung. Sie besitzen Energie. Jede Farbe hat ihre Energie, die sich auf uns auswirkt. Ah, verstehe. Was bedeutet Rot? Rot bedeutet Kraft. Ja, Kraft für uns alle. Was ist mit Grün? Grün bedeutet Wachstum, alles, was auf der Erde wächst. Es lässt die Pflanzen wachsen. Was für Farben gibt es noch? Lila? Gelb. Gelb steht für Helligkeit. Um die Welt in Licht zu tauchen, weil es bei uns an vielen Tagen im Jahr überhaupt nicht hell wird. Auf seinem Weg von Inuvik weiter in Richtung Norden bietet sich Yuichi ein eindrucksvolles Schauspiel. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Wie ist es tatsächlich ein eindrucksvolles Schauspiel? Wie ist es? Wie ist es? Wie ist es?